Meghan Markle feiert nach langer Pause ihr Instagram-Comeback. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry war die ehemalige Schauspielerin auf Instagram sehr aktiv. Sie führte unter anderem einen Blog über Beauty, Reisen, Mode und Influencer. Später wurde sie gemeinsam mit Ehemann Harry durch das Instagram-Konto Sussex Royal vertreten. Allerdings nur so lange bis sie sich 2020 von ihren Pflichten als arbeitende Mitglieder der Königsfamilie lösten. Am Donnerstag stellte die Herzogin nun ihr neues Projekt inklusive Instagram-Account American Riviera Orchard vor. In einem Story-Video sind private Einblicke von Meghan in ihrer Villa im kalifornischen Montecito zu sehen. Eine Erklärung dafür, was hinter der neuen Marke steht, gibt es bisher nicht.